hallo freunde der seichten unterhaltung herzlich willkommen zurück zu einem neuen let's play minecraft let's play industrialcraft 2 das video wird nicht zu lang sein nicht zu lang werden und neu ist auch nur in anführungszeichen denn wir werden uns ein etwas verändertes item ansehen und zwar den magnetizer wer sich noch erinnern kann vor zwei oder drei videos glaube ich hatte ich erzählt also hatte euch das rezept gezeigt für den magnetizer unter anderem also weil wir weil ich ein dieses energieset ab quasi aufbauen wollte für den windgenerator die windgeneratorin besser gesagt und unser windrad ich habe zwischendurch das windrad gebaut und hatte auch den magnetizer schon im einsatz und mittlerweile spiele ich mit industrialcraft 2 version 2.2.736 in den letzten acht oder zehn updates von industrialcraft 2 gab es quasi eine art revision von dem magnetizer da haben sich ein paar sachen geändert und das werde ich jetzt mal zeigen zusammen mit einem kurzen blick man sieht hier was so ein bisschen wie eine radar antenne aussieht das ist tatsächlich das akt mein aktuelles windgenerator setup und ich zeige euch jetzt mal was ich am magnetizer geändert hat ich musste das auch wieder leider durch experimentieren herausfinden denn es hat sich nicht viel daran geändert dass die wiki also nicht aktuelles beziehungsweise zu den updates nicht wirklich viel informationen kommen das erste was ich mache ich ziehe mal kurz die schuhe aus damit ich euch das hier also zeigen kann natürlich in game bisher das sollte überhaupt nicht funktionieren cool gut wieder was gelernt warum auch immer also eigentlich ist es ja so ich brauche die metall schuhe an um also an den magnetizer hochfliegen zu können mittlerweile ist das offensichtlich entweder nicht mehr so oder es ist verbuggt das war es aber natürlich nicht was ich euch zeigen wollte sondern wir ziehen mal den ganzen kram aus mal sehen was dann passiert immer noch wahnsinn da hat sich jemand nachgedacht egal was ich euch zeigen wollte ist also folgendes bisher war es so beim magnetizer man musste das den iron fans die man hier also hat musste man also entweder also entweder oben oder unten an dem magnetizer anbringen um quasi zwischen zwei magnetisern also ein feld eine strecke zu erschaffen wo man dran hochgeglitten ist das hatte leider den neben effekt dass man ab der maximalen höhe quasi über eine zwischenstation einbauen musste in meinem fall man sieht es vielleicht da oben habe ich also eine zwischenetage eingebaut eine kleine treppe und dann ging es quasi oberhalb weiter mittlerweile ist es so es bringt nichts mehr also man kann das zwar hier anbauen aber es bringt nichts mehr den zaun oberhalb des magnetizers anzubringen stattdessen muss man den an der seite anbringen aber das geht auch nicht an jeder seite wie man hier sieht ich kann zwar links und rechts was bauen aber die zäune haben keine verbindung zum magnetizer stattdessen ist es so wenn ich mich hierhin stelle und ich setze also den magnetizer in diese richtung dann ist die zu mir zugewandte seite diejenige an die der zaun muss man sieht ja auch ganz schön die verbindung ist also hergestellt und das hat dann also den effekt dass man den magnetizer dann auch benutzen kann eigentlich nur mit metallschuhen ich habe es gerade schon gezeigt das ist hier aber nicht mehr so sondern offensichtlich kann man den in jedem fall benutzen das wird vermutlich hoffentlich auch noch gepatcht und das ganze hat einen vorteil und einen nachteil der nachteil war für mich musste mein setup umbauen denn jetzt musste ich quasi die zwischenetage wieder rausnehmen der vorteil ist man kann wenn man den magnetizer immer an der seite anbringt und quasi an einer anderen seite nach oben fährt kann man quasi eine ununterbrochene strecke schaffen in der man nach oben gleiten kann ich zeige das mal ganz kurz in der hoffnung dass es auch funktioniert jawohl wir sehen also das funktioniert auch halbwegs einfach nur ranlaufen mit metallschuhen an also eigentlich metallschuhen jetzt im moment auch noch ohne offensichtlich und wenn man nach unten möchte ranlaufen und dann drücken wir einfach shift oder umschalt und man kann das auch man hat ja gesehen das geht ganz schön schnell man kann aber ohne angst nach unten drücken denn solange man da also lang gleitet leidet man auch keinen fall schaden egal wie schnell man unterwegs ist und dann geht es wieder raus genau außerdem eine änderung am magnetizer normalerweise war das ja so eine art passives gerät ich habe es nur hinstellen können verbinden können kabel dran das war's der magnetizer hat mittlerweile ein gui oder graphical user interface also eine benutzeroberfläche man kann hier eine batterie reinpacken die einzige batterie wie ich rausgefunden habe die man da aber reinpacken kann ist die charging battery die kann man da also reinsetzen die gibt es auch noch nicht so lange die advanced funktioniert nicht und alles unter der charging battery geht leider auch nicht das nimmt also nicht an die charging battery kann man hier reinpacken und bekommt energie wenn man kein kabel dran bauen will und man kann im magnetizer mittlerweile auch upgrades einbauen das einzige wichtige upgrade denke ich ist das transformer upgrade und zwar ich weiß nicht ob ich das schon mal gesagt hatte um das ursprünglich herauszufinden wie das hier alles funktioniert hatte ich in meiner experimental wird also mal stärkere kabel angeschlossen und habe bei der fliegenheit festgestellt je mehr energie man quasi diesem magnetizer zuführt umso größer ist die reichweite nach oben und unten die das gerät hat das heißt man hat theoretisch durch dieses transformer upgrade die möglichkeit mehr energie einzuleiten und dann also braucht man auf den zwischenetagen quasi keine magnetizer mehr sondern kann also lange strecken damit verbinden und hat also eventuell ein bisschen weniger kosten allerdings verbraucht natürlich auch energie der energieverbrauch ist aber soweit ich weiß nur dann gegeben wenn ich das ding auch tatsächlich benutze nach nach oben und unten fahre und ansonsten verbraucht der also nix bei der gelegenheit wenn wir mal hier oben sind ich habe es ja schon gesagt das ist hier also mein windgenerator set up wir sehen ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein ich bin schon zwei dreimal heruntergestürzt wir sehen ich habe hier quasi drei etagen an windgeneratoren übereinander angebracht das ganze musste ich ja mittlerweile mit den glasfaser kabeln verbinden weil also der energie output zum teil ein bisschen größer war als die eisen kabel output aktuell 140 bis 150 je nachdem wie stark der wind ist als ich es vorhin das erste mal seit längerer zeit wieder gestartet habe war sogar windstill da ging überhaupt nichts und hier haben wir 143 energie das ist liefert relativ konstant und auf der höhe ich hatte das ja schon mal gesagt von plus man sieht es also rechts unter der karte sieht man die koordinaten bei aktuell 160 ist das glaube ich ist immer noch der stärkste wind ich habe es vorhin noch mal getestet ein bisschen und das ist quasi der anfang der windgenerator fahren jetzt kann man natürlich nach oben und unten noch einfach rein dazu setzen aber ich werde vermutlich weiter machen mit nach links und rechts einfach um auf der windenergie stärksten seite zu bleiben und aktuell ist es so wir gehen noch mal hier runter aktuell ist es so ich kann theoretisch wenn der wind gut genug ist kann ich hier also man sieht dass wir das sind also meine messfabrikator geräte da kann ich jetzt 2468 stück quasi anschließen mit dieser ganzen energieverteiler kabelage die ich also konstruiert habe wenn der energie output konstant hoch genug ist kann ich die also auch tatsächlich betreiben mitunter ist es aber natürlich mal so mal mehr mal weniger wind und dann saugt man hier quasi langsam die energiespeicher voll man sieht es hier der bleibt eigentlich konstant und die hier bleiben voll weil ich habe vorhin mal ein paar von den messfabrikator abgebaut und eine ergänzung noch dazu das hatte ich beim letzten mal nicht gesagt was auch immer das hier ist man hat es glaube ich gerade schon gesehen wir haben ja unser recycler und daraus bekommen wir den scrap so heißt es und ich habe immer gesagt man kann nur diese boxen daraus bauen um also irgendwelche zufalls zeug quasi draus zu bekommen dem ist nicht mehr oder nicht so sondern man kann also das scrap hier auch benutzen um es dem messfabrikator zuzuführen und damit also die produktion zu beschleunigen das problem ist aber der verbraucht ein so ein ding quasi in der sekunde beziehungsweise sogar fast mehr und man kommt tatsächlich mit dem input nicht hinterher also ich kann gar nicht so viel müll quasi und abfall da reinschmeißen oben und in scrap umwandeln lassen wie die messfabrikator verbrauchen deswegen mache ich das ab und an mal um quasi also hier hinten wieder über so eine schleife da oben sitzt der recycler und ab und an mache ich das halt mal und zufällig packte das dann irgendwo rein und steuern ist es ein bisschen aber es bleibt dabei das ist eine ziemlich langwierige sache auch mit vieren und man muss sehr viel geduld mitbringen oder halt eine energie produktion noch ein bisschen ausbauen um das zu beschleunigen darum sollte es aber natürlich heute nicht gehen sondern wie gesagt ich wollte zeigen den mittlerweile veränderten magnetizer das haben wir jetzt auch gemacht und damit endet unser let's play für heute auch vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten mal ciao ciao